hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ich möchte euch ein neues ebike vorstellen dieses mal ist das meiner frau viel spaß dabei so und hier steht das schöne bike es ist ein gazelle arroyo c8 city bike mit mittelmotor 50 newtonmeter und einen integrierten akku mit 500 watt stunden eine achtgang shimano schaltung natürlich scheibenbremsen und gefedert und zwar diese federung ist verbaut in dem steuersatzrohr hier vorne sieht cool aus der lenker sind verstellbar mit einem schnell mechanismus ist die bühne halt und das display toll abdies war wirklich gut der hersteller gibt die reichweite ungefähr 40 nein das stimmt nicht 140 kilometer an das kommt natürlich auf gewicht des fahrers oder aufs gewicht des fahrers und zu laden an integrierte lampe oder beleuchtung sind wirklich toll aus hier noch mal die öffnung um zwischendurch zwischendurch sondern in eingebautem akku zu laden alle kabels verschwinden schön im rahmen und sie toll gelöst wieder schloss obligatorisch bei gazelle gleich mit dran brauchen wir sich nicht darum kümmern um die sicherheit des fahrzeugs runter rum muss man sagen ein wirklich absolut gelungenes bike meine frau hat riesen spaß damit wir werden euch sicherlich demnächst mal auf eine tour mitnehmen und bis dahin würde ich sagen vielen dank ich hoffe euch hat das video gefallen und wir sehen uns beim nächsten mal hallo leute wir machen noch eine fahrradrunde an der elbe mit den bikes natürlich mit dabei ist heute bibi bibi ist nachwuchs bei uns in der familie und die finde das richtig toll oder ja großartig noch mal kurze aussicht da hinten fährt ein dicker pott und bis bald ich wollte ja noch mal sagen wie das sich das so fährt also ist einfach nur der hammer ne ja man fährt ganz geschild hier vorbei in der brücke kommt gerade von der elbe wenn da unten gemacht die wiesen vorbei ihr seht habe ich gerade die zweite unterstützungsstufe ich fahr nicht ganz so schnell weil ich ja den hunde anhänger hinten mit dran habe bibi ist einfach herrlich richtig toll mir macht das ding einfach riesen spaß es ist wirklich toll ob jetzt mit hund oder ohne vollgas oder ein bisschen geschält mit dem ding kannst du alles machen großartig wie gesagt großartige tour richtig macht jeden spaß da ist der hunde anhänger da ist die bibi drin wir werden demnächst eine tour machen mein sohn und ich ich werde euch mitnehmen ein bisschen was zeigen ein bisschen was erzählen wenn ihr bock habt oder lust habt seid mir dabei würde mich freuen schreibt was in die kommentare bis bald euer matze mich schaut in die kommentare ab x die kommentare bis bald schreibt was die kommentare bis bald wie gesagt